Nein! Stimmt, ich kann ja nicht sterben, wenn ich wieder in der Falle Guck mal, ich soll euch was zeigen? Ein unglaublich heißes Teil? Guck mal hier Wuhuuu Mach das nochmal Wuhuuu Und was würde ich das machen? Ich glaube, das ist doch noch verdammt knapp Wenn ich jetzt gestorben wäre Ja, das wäre natürlich doof Ja, das wäre feinig Dann müsste ich mir die ganzen Koptare antun Oh nee, das war mal ganz schön duft von dir Duft von dir? Duft, echt duft Hänge ich mal nämlich dran Wie geht das? Drück nach oben Warte, flieg mal Nein! Du hast mich umgebracht Nochmal Nein! Weißt du, was ich jetzt machen kann? Ja Boah Kannst du dich ja nicht noch von mich hängen Damit hättest du jetzt nicht gerechnet Wir haben schon viel zu lange aufgenommen, egal, das wird jetzt die zwei Parts Geil! Leider Superblade Zwei Parter Das hier noch Sparta? Sparta Parter Parter Das ist doch einer von der Gimio Force Das ist Parter 2 Findest du Barter? Das ist einer von der Gimio Force gewesen Na klar Knuff! 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 Wie gesagt, ich will vom Ultraska nicht Aber klar, ich will das nicht Du musst! Du musst! Du musst mich heilen Gib mir vor deinem Leben Hey, das kommt auch im Supraum vor Hiiii Was? Ja, diese Dinger Kommen im Supraum nämlich sehr vor Also im Brawl Ich bin aus hohen Wirklichkeit Guck mal Ja Wow Das kann ich jetzt nicht viel Füße Komplett zum Moke Ach, verdammt Episch Hallo Oh my god Autsch Oh my god Hallo Verdammt Ah, verdammt Das wollte ich selber kaputt machen Ich habe nämlich geoffert Wo ist es? Wee Wee Schleichwerbung Pfff Playstation Oh yeah, Xbox Ähm Ja Wee Wee Das sagt dann aber Ich wette, das ist genau so entstanden Hey, wir brauchen einen neuen Namen von so einer interne Konsole Und dann jemand aus der Klasse Ecke Wee Was ist los? Ich weiß, ich bin grad zur Tür reingekommen Und irgendwann Erwarte ich will das haben Okay Er ist doch noch gar nicht tot Achso, okay Ich liebe die Fähigkeit, auch wenn der nicht Oha Ich bin gleich tot Käfer nehmen Ja Ja Ich bin der übelste Wrestler, willst du das haben? Hm? Achso, ja Klar Ohohohoho Hahaha Hahahaha 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 Dazu sag ich mal nichts Hahahaha Hahahaha Warte, wir müssen das zusammenspielen, warum behindern wir uns die ganze Zeit? Keine Ahnung Meiner dazugerät, hättest du nie die volle Punktzahl erreicht, guck mal 2 zu 1 Also ich war hinter dem Einfach... Okay, aber ne Klone auch da nicht Ich hab drei Leben bekommen, du nur eins Das ist schön Boxy Foxy? Buxy Achso Aber nicht von Buck, aber mein Lieblings-Typ Oh, ich liebe die Mucke Ich werd das, ähm, kam halt jetzt überhaupt nicht durcheinander, wenn das beide gleichzeitig gemacht haben Nein Wir haben auch keine Verzögerung oder so Hey Nee Warum ist das so mit meiner Ingenie im Dix? Das macht mir grad Angst Ich bin synchron mit der... Wirklich? Du sing nochmal mit Sing mal kurz Ne, sing du mal Du bist so hoch bei mir, was zum... Cool Dann sing mit Dann sing mit Was ist los mit Skype? What the fuck? What the fuck? Du kenn ich dich gar nicht, Skype Hallo Das ist alles live Lief Liebe Mann, komm mal ins Ich komm dich bewegen Ich liebe Nein Hä? Ich bin zu groß, ich kann mich nicht bewegen Okay Toll, du hast mich getötet, guck mal Nein! So verdammt von ewig hier zu bleiben Was? Kannst... Kannst du mich nicht bewegen? Nein Geil Ich bin zu groß Ich bin zu groß Sonst fühlt er sich immer zu klein, aber jetzt? Mann! Ich bin raus Nein! Egal, bleib drin Tschüss Das ist herrlisch Die sind voll gemein, diese Gegner Ja, aber die sehen lieb aus Auf den ersten Augenblick Ja, danach verwandelt die sich im selbiges In dein Auge des Todes Mein Gott, wie gequält der Vogel, guck Da hat man auch nicht mehr gesehen Ein Käfer, der einen Vogel vermöbelt Aber ein Kirby ist alles wirklich Da werden Träume wahr Ist dir mal aufgefallen, dass Kirby für das Amok-Leiferspiel ist? Ich mein, wir rennen eigentlich hier nur rum und töten Äh, Lebewesen Für Essen Ja Das wollte ich kenne die Wahlen Und Satans Anbeter Hab ich das nochmal gehört Irgendwo hab ich das mal gehört Genau diesen Kommentar, den du grad gemacht hast Looks like Kling Wir brauchen das Looks like Kling Looks like Kling Patrick Kazooie Was ich weiß nicht Auf jeden Fall, du musst mal überleben Kirby Er rennt rum Was machst du? Ups Ja Practice Aha Guck mal, Kirby Er rennt um Schlachtert ein ganzes Königreich ab Für einen Kuchen Hm The cake is alive Kirby mein ich der perfekte Der perfekte Auftragskiller Ja genau, den brauchen wir Weil Schade, ich bin gestorben Der perfekte Auftragskiller Weil guck mal Der macht die krassesten Sachen Für wenig Lohn Ist dir mal Ja Ist dir mal aufgefallen, dass die Berge im Hintergrund abgeschnitten sind? Das ist wie in Japan Ja Könnte vielleicht daran liegen, dass das Spiel nicht aus Japan kommt Hm Schnell geht die Kanone Wuhu Kommen wir jetzt dann zu dem Knopf Oh mein Gott Ich will das alles haben Ich will das alles haben Und es Leben und Knuff Ich lass dich hier fallen Tschüss Knuff Nein, ich will nicht Ich will nicht knuffen Ah, du schaffst es Nein Boah Da bist du ja Ja Ich glaub Kerb ich zurzeit psychisch gestört Ich mein Er rennt rum Tötet Tiere Und küsst sie Moment, Moment, Moment Oh Das war nicht so gut Ähm, naja Ich wollte für ein bisschen Action sorgen Achso, den will ich sagen Ja, gut Schon okay Versteh das Oh shit Ich hab Angst, ich sterbe gleich Wird dich haben Moment, ich nehme ihn dir Ja Wenn du stirbst ist es ja nicht mal schlimm Weil ich kann dich einfach wiederbeleben Nooo Ich krieg das irgendwie nicht Hier, nimm mal Geh nochmal kurz runter Okay Warte Achtung, aber ihn nicht töten Da diesen Hand Ja, super Wir schaffen das noch Yes Warte, wir müssen nochmal zurückgehen Crash Warte, ich werde mich jetzt explodieren lassen Okay Dann Sollte der Typ auch wieder da sein Und dann werde ich davon getroffen Genau Oh fuck Noch einer Da, komm her Nimm ihn Nimm ihn Nimm ihn vorhin Du bist Ninja Ich bin der coolste Held Der ist auf mich gefallen und... Ach egal Ja, das ist ganz normal, okay So, und damit habe ich die Berge abgeschnitten Nein, verdammt Was spricht da aber noch drauf? Ich könnte mich gar nicht bewegen Ich könnte mich gar nicht bewegen Ihr habt übrigens den Schalterpalast hier vergessen Ah, nein Oh, 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 oh Wir haben den Schalterpalast hier vergessen Oh, scheiße Was, haben wir? Ja Guck mal, Umbrellas Huh Wuhu Mir war danach Das ist gerade total komisch, bei mir angehört Daan! 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 Was zum? Wie pouvez ich da mit Mtb oben gedreht? Sysst Oooore! Sysst Oooore! Derục ist ein neue Slinger von... Köbys Fun pack! Die Melodic Death Metal Band. Nein! Warum gehst du oder parkaboo? Ja daz...mich hat ne Umbrella gekillt! Weil das irgendwie... Ich muss immer von vorne hören. Nein, Noten! Die Musik, die Backlap an mir rum, das klingt total schau. Nein, Noten! Denn Ali ist unmusikalisch, wie man sieht. Das heißt, überhaupt nicht symbolisch. Weißt du, dass du Gegner auch töten kannst, wenn du von unten gegen sie springst? Nein. Probier das mal. Okay. Ja, gut, das kann man richtig so auch machen. Warum rett der weg? Er hat Angst vor mir. Das würde ich auch. Mein Eck kann mit seiner Stimme Leute umbringen. Ja. Wie geil ist das? Kirby hat von der Sonne Stimme. Ja, Kirby sollte einer Black Metal Band erweitreten. Okay, dann heißt das, Kirby ist dann Amokläufer, der andere Lebewesen tötet und küsst und dazu Black Metal macht. Ja. Und Berge abschneidet. Damit hätten wir Kirby zusammengefasst. Und warum ist das jetzt für Kinder? Das weiß man nicht. Das weiß er wahrscheinlich nicht mal selber. Warum machst du ehrlich nichts? Achso, ich verstehe. Kranz nicht! Du kannst... Nein! Pädobär! Komm her! Uhu! Ich klau die ganze Zeit die Fähigkeit, dann krieg ich dann wieder volle Energie. Guck mal, ich geh voll ab. Uhu! Bananas! Oh, jetzt geht's ab. Jetzt kommen die alle nacheinander. Cool! Knuff! Dürf ich nicht! Ähm... Ja. Cool. Was denn? Ja, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ach, ich nehm die linken! Ich nehm den rechten! Meiner ist... Tot! Mit einem Schlag! Ich nehm den rechts wegen. Okay, weiter. Wuhu! Du leistest ja komisch! Ja, jetzt nicht mehr, aber jetzt mach mich so. Guck mal, wuhu, doch immer noch. Das läuft jetzt auch komischer. Geh da rein! Es ist Zeit zu gewinnen! Geh da rein! Hallo? Dumm? Der ist der Endgegner. Oh, hast du abgeschafft! Das war bisher die schwierigste Stelle in dem Spiel. Nein! Oh, wie schlecht. Mein Beutel ist aber einen weiter. Cool. Na, ihr komm, das ist unfair. Wir haben einen Draw. Neun! Dein Fuß ist einen Schritt weiter nach rechts. Joa. Das machen wir als Endgegner, ne? Hm. Warum bewege ich mich so komisch? Guck dir das an! Weil du Ice-Caribbean bist. Weeeee! Ja, ich verstehe es, wenn ich nach unten rutsche, aber so? Ja! Ich finde das ganz realistisch. Stimmt. Wenn man so darüber nachdenkt... Hm, was will ich denn haben? Ich bleibe Tuck. Swords, man! Auf geht's! Woohoo! Landen wir jetzt auf einem abgeschnittenen Berg? Wo steht da eigentlich TAC? Das ist halt eine spezielle Hälfte vom A-Team. TAC? Ja. Oh mein Gott, du hast getaggt! Nennt mir fünf Geheimnisse! Ich putze gerne Zähne! Ich schlafe nachts! Deine eigenen? Deine eigenen? Welche Zähne putzt du gerne? Deine eigenen? Ja! Und ich schlafe auch nachts! Und ich spiele Kirby mit dir! Und ich trinke gern und esse gern! Und ich glaube, das waren schon mehr als fünf. Das waren genau fünf. Okay. Deine Blätter hinten. Guck mal, ich bleib da einfach stehen! Ich habe nicht das Recht, mit dem Abspann zu sein. Ich habe nicht das Recht, irgendetwas zu tun. Tja, hat mir ja sehr leid. Guck mal da, wie ich einfach ignoriert werde. Kirby, der strahlende Held, weißt du, der den Baum quält. Ja, erst verprudeln wir den Baum, und dann bringen wir ihm die Küken, geklaut von der Mutter. Überleg mal. Überleg mal, die Äpfel sind genauso groß wie der Kopf gewesen. Ja. Haben die einen Sattel auf? Sieht so aus. Kirby? Sind die abgeschwärzt? Ja, aber da fliegen alle vier davon. Das ist die Mama. Und ich bin da auch, irgendwo. Ich sitze auf deiner Blade. Warum hat Kirby überhaupt sie ihrer Mom weggenommen? War sie eine zu schlechte Mutter? Ja. 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 Einfach ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen hier kurze Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.